Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Reis Stunogaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Rayman. Ich glaube, ich habe tatsächlich immer Rayman gesagt, natürlich meine ich Rayman. Und wir werden heute den Zauberwald begutachten. Ich sage mal, gehen wir mal direkt rein, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon mal angefangen habe zu spielen. Ich glaube aber nicht. So. Ziru, was? Arzt. Ich sehe mich zwar schnell, das hat mich jetzt gut gefallen. Und ich werde auch bald, ähm, tatsächlich... Aua! Ich werde bald auch tatsächlich, ähm... Heiß denn das, ähm, Nintendo Switch-Spiele spielen? Seid auf jeden Fall da gespannt, da kommt auf jeden Fall eventuell mal ein Video von. Wir haben jetzt schon zwei. Wir haben jetzt noch ein Video. Wir haben jetzt noch ein Video. Schau! Ah, hier ziehst du also auch. Ey, warum gehen denn jetzt beide runter? Jo, wie weit bin ich denn jetzt gerade weggeflogen? Wir haben sogar relativ viele jetzt. Ah, was gibt der Strom jetzt? Aua. Ey, kann ich den nicht so kaputt machen oder was? Oah! Kau, Kauu! Oh, oh, oh! Mann. Hey, ich schreck nicht, wie ich da jetzt vorbeikommen soll. Geil. 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 Kass! Kass! Keiner fehlt irgendwie noch. So, jetzt hab ich ihn. Und hier ist wahrscheinlich dann der Letzte, oder? Ahm, der Letzte! Ich hab wieder mal alle, das ist geil. Moin, Dankeschön! So, die sind drin. Yes! Wir haben es geschafft. 50. 103. Wir haben alles geschafft. Geil. Let's go! Yeah! Boah, 700 Stück gibt's davon, Alter. Okay, ich hab hier irgendwann alles freigeschaltet. Geh mal hier rein. Okay. Okay. Perfekt. Ja, ja, ja. Hey, ich bin grad voll. Raus beim Reden. Aha! Aha! Ja, jetzt kann ich schnell. Mist! Ich werde definitiv nicht alles haben. Okay. Ja! Ich fülle dich schon mal fest. Bam! Ja, hier hab ich leider nicht alles. Aber macht nichts. Ja! 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 Okay, wir ziehen jetzt hier mal Glückslose. Let's go! Haben Puzzle-Tier gewonnen, die Pfei? Ja, wir haben die Ruchhafen. Einen gibt es noch. Und wieder ein Puzzle-Tier. Geil. So, geh mal hier rein. Ah. Hier kann man den wechseln, sonst bin ich ehrlich. Ja. 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 Let's go. Aha. Aha. Gut Leute, dieses Level machen wir dann in der nächsten Folge. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Ach, drei mal auf den Daft. Hau dran an der Eier. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.